Manche Sonnensegel können mit einer selbstreinigenden Beschichtung ausgestattet sein. Doch was bedeutet dies genau und worauf ist dabei zu achten? Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Manche Sonnensegel verfügen über einen selbstreinigenden Lotusblüten-Effekt, der den Reinigungsaufwand gegenüber anderen Stoffen erheblich reduziert. Bitte beachten Sie aber, dass sich auch bei dieser Beschichtung im Laufe der Zeit Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Grünbelag, Feinstaub, Blütenstaub, Harze, Vogelkot und so weiter auf dem Outdoorstoff festsetzen können, die den Reinigungseffekt abmildern oder gänzlich unterbinden können. Schmutzmenge. Der Standort Ihres Sonnensegels spielt eine große Rolle. Stehen hier viele Pflanzen oder Bäume oder wird das Segel in der Nähe von einer viel befahrenen Straße oder von einem Industriegebiet aufgebaut? Dann kann es wesentlich stärker und hartnäckiger verschmutzen, als wenn es auf freier Fläche aufgebaut wird, wo im weiten Umkreis keine stark negativen Einflüsse wirken. Reinigungs- oder Auflösungseffekt. Des Weiteren benötigt ein Outdoorstoff mit einer Beschichtung auch immer die passende Neigung, damit der Regen den Schmutz gut mitnehmen kann und sich dieser nicht festsetzt. Darüber hinaus ist es, wie mit allen Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden, erforderlich, dass diese in gewissen Zeitabständen gereinigt und abgespült werden, damit sich der Schmutz nicht bei einer längeren Trockenperiode, wie in den letzten Sommern, setzen oder einfressen kann. Der Schmutz setzt sich zudem auf die Reinigungs- und Imprägnierungsbeschichtung und verhindert dadurch, dass weiterer Schmutz leichter abgespült werden kann. Den festgesetzten Schmutz bei Sonnensegeln bekommt man nur mit einer gründlichen Reinigung wieder aus dem Stoff. Dies ist vergleichbar mit einem Auto. Wird dieses über Jahre nicht gewaschen oder gepflegt, frisst sich der Schmutz in den Lack und beschädigt diesen. So muss auch ein Sonnensegel mit einer selbstreinigenden Beschichtung von Zeit zu Zeit gepflegt werden, damit sich der Schmutz nicht im Gewebe festsetzen kann. Zusammengefasst. Es handelt sich also bei dem Lotusblüten-Effekt um einen Reinigungseffekt, der nicht allzu stark durch Neigung und Umwelteinflüsse behindert werden sollte, da die Beschichtung Schmutz zwar leichter abfließen lässt, aber diesen nicht auflösen kann. Mehr zur richtigen Reinigung und Imprägnierung von Sonnensegeln haben wir Ihnen hier in der Infocard in weiteren Texten und Videos verlinkt. Wenn Ihnen dieses Video weitergeholfen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Daumen nach oben. Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören.